Ich brauche nur eine Holzkohle gerade. So. Gut. Dann haben wir das auch. Dann kommen wir zumindest an ein paar Fackeln. Was brauchen wir noch? Auf jeden Fall Essen, jede Menge. Jetzt bekommt man ein bisschen was. Weil man hungert hier ziemlich schnell. Das ist schon richtig krass. So. Machen wir das Ding ein bisschen symmetrisch hier. Jetzt ein kleiner Unterschlupf. So. Klar, mache ich doch mal noch eine Schaufel. So. Da haben wir eine Fackel. Die Axt ist fast hinüber. Stellen wir mal die Kiste auf. Räumen da mal alles rein. Alles weg. Alles weg. So. Und jetzt sortieren wir. Wir brauchen das da. Wir brauchen... Die Steine. Jetzt nicht unbedingt. Die Spitzhacke. Die Axt. Schaufel. Wir haben drei Fäden. Das reicht nicht. Essen. 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 Aber nicht alle. So. Kann man denn mit dem Kakao... Was machen eigentlich? Die üblichen Kekse. Und das übliche Färben. Uninteressant. Uninteressant. Ich will was zu essen haben. Kakaobuder. Ja. Brauchen wir nicht. Nein. Ja. Schokomilch. Wir haben keine Eimer. Na gut. Wir können damit wohl... ...noch nichts anfangen. Der Mörser geht mit gebrannten Steinen. Und das... Mit dem Kakaobuder können wir... ...au momentan nichts anfangen. Tja. Eiscreme. Wir könnten Eiscreme machen. Nein. Wir können keine Eiscreme machen. Ähm. Nein. Wir können damit noch nichts anfangen. Na gut. Hätten wir das geklärt. Ah ja. Die Schwerter nehme ich auch mit. So. Lass mich mal gerade... ...das voll machen, damit das hinhaut. Stückchen brauchen wir jetzt auch gleich. Das Brot lasse ich da mal drin. Jetzt gehen wir gleich raus und... ...gucken wir mal aus mal vielleicht ein paar Monster killen. Hauptsache... ... äh... ...fortsätzlich weiß man mal spinnen. Dann kriegen wir auch Faden. Und auf Faden kann man Wolle. Und dann... ...kön wir auch ein Bett machen. Alles klar. Ich mache hier Mine, weil ich... Mine buddeln, weil ich auch nicht verkehrt... So, jetzt mal... ...alsch... ...das da will ich... So. Ein paar Fackeln. Gut. Okay. Da haben wir einen Apfel. Okay. Hm. Spinne. Die kommt... ...schon zu uns. Wow. Kein Faden. Na, klasse. Ach, Wolf. Okay, Zombie. Ja, ich bin schon hungrig. Ich... ...merk's. Ich merk's noch mal ne Spinne. Oha. So, wenn man hungrig ist, kriegt man... ...ja... ...man is langsamer... ...und baut langsamer ab. Also muss man auf jeden Fall was isten. Und wie man sieht, füllt es nicht gerade viel auf. So. Kuiper. Komm her. Das Gute ist... ...sie machen nichts kaputt. Ah, Aua. So, ich brauche Faden... ...Spinnen... ...ma, guck mal her, Kuiper. Nein. Nein, ich bin ein Sprengpulver, wenn ich auch nicht übel. So. Da vorne ist noch ne Spinne. Jawoll, Faden. Hinten müsste noch ne Spinne sein. Ja, toll. Ich hätte das Borne echt nicht kaputt machen sollen. Da hätte ich doch ein paar Spinnen gehabt. Na gut, so weit hab ich jetzt nicht gedacht. Wo bist du? Da bist du... Au. Au, 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 au. Ich habe wieder einfach Hunger, na. Appel... ... und Fö... ...Faden... ...Bären... ... schnell her damit. So. Haben immer noch ne Spinne rumlaufen. Und Minikarte in diese Richtung. Aber hoffentlich sind sie nicht unterirdisch. Hier war noch ein Zombie. Sterb, 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 danke. Wenigstens haben wir hier ein paar ordentliche Apfelbäume. Da ist ein Sumpf. Wo ist die Spinne? Da ist die Spinne. Komme ich da hin? Ich will da hin. Kommst du hoch? Ist mir gefallen? Na, sagen wir nicht. Aber ich komme mal so runter. Aua. Hui. Was haben wir denn hier? Ja, ich muss auch noch Soßen abbauen. Da haben wir ein bisschen Salz. Okay, aber ich brauche erst... ...Essen, Essen, Essen, Essen. Oh, Mann. Oh, Mann. Gib mir mal das Zeug hier. Kupfer, Kupfer. Noch mal Licht. Ich renne, schön langsam sparsam. Das Eisen kann ich aber nicht abbauen. Ich brauche eine Bronzehacke, um Eisen abbauen zu können. Das ist heftig. Schwierig. Die erste Schwierigkeit ist, erst mal ein Eisen zu kommen. Dazu brauche ich auf jeden Fall erst mal Kupfer und Zinn vor allem auch. So. Ähm, da haben wir noch mehr Kupfer. Ich weiß gar nicht, kann ich eigentlich eine Kupferrüstung machen? Das wäre schon mal ein Anfang. Allerdings haben Rüstungen auch noch einen schönen, gewaltigen Nachteil. Man wird langsamer dadurch. Oh, das war ich spitzacke. Man wird nämlich richtig langsam, wenn meine Rüstung anhat. Naja. Ist schon realistischer, ne? Ja. Das macht das Ganze auch anspruchsvoller. So. Ich sollte aber eigentlich mehr draußen rumrennen. Und Essen suchen. Als hier zu buddeln. So. Stein. Stein. So. Setzlinge nehme ich mit. Setzlinge. Ich brauche unten auf jeden Fall ein Feld. Äpfel, her damit. So. Wir müssen in diese Richtung für unseren Spawnpunkt. Schon wieder Hunger. Ich kriege Käse. Da haben wir nochmal Apfelbäume. Also. Ja. Dann müssen wir echt gewaltig essen, 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 essen hier. So viel Hunger, wie man hier hat. Schon nicht mehr, nicht mehr schön eigentlich. Ich brauche mal gerade dich hier. Ich brauche mal, ob das funktioniert. Ich habe es nämlich nicht ausprobiert. Ich habe es nur gesehen. Zack, zack, zack. Jawohl, ein Holzeimer. Kann man da Wasser reintun? Jawohl, da kann man Wasser reintun. Ich brauche mal ein Feld. Bauen wir einfach mal ein Feld. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Weil ja klar, dass die Werkschaftsbank mitten im Weg steht, aber naja, gut, ist egal. Weil wir sowieso noch nicht genug Saat haben. So. Aber so haben wir zumindest schon mal das Feld. Und alles, was ich an Saat habe, kann ich da drauf auspflanzen. Wenn man die Shift-Asterix drückt, kriegt man angezeigt, wo man das anpflanzt und wo es am besten wachsen tut. Ah, die wachsen am besten im Wasser. Okay, kann ich nicht auch so ansetzen? Nein, dann sitze ich einfach da drauf. So. Da hin, da hin und da hin. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Saat. Das ist wirklich, äh, hier generell, äh, Weizen, ne? Oh Gott, das ist... Grausam. Ich habe ewig gebraucht, bis ich so ein Feld voll mit Weizen hatte. Naja. So. Alles, was ich kriegen kann, das... Verhungern wirkt lediglich hier. So, hier sind noch Pilze. So. Ja, da sind die Wachsbären da, aber die kann man nicht essen. So. Okay. Jetzt haben wir ja ein bisschen was. Wir-Ko ... Dass aber dich jetzt sind in życia. Das ist der Wachsbären da. Bis zum nächsten Mal.